Ey, aber Revi, du hast ehrlich, rechts zu viel Gewicht. Nein, doch, ich häng doch hier rechts. Ja, Bro, bleib doch mal weiter mittig. Bro, was ist das Arsch? Mittig sitzt, Amar. Deine Arschbarke rechts, fetter ist das links. Amar, du musst wirklich Amar. Also ich seh in deinem Gesicht, Revi, dass du jetzt ein bisschen angespannt wirkst. Amar reißt das Ding hier rum, als würde er gerade mit einem Strandbuggy fahren. Das funktioniert irgendwie nicht. Und rechts. Mitte. Links. Als links. Ich, ich geb das Steuer vor. Amar, bitte keine hektischen Bewegungen von vorne. Ich bin das Bindeglied unseres Vox, okay? Man ist vier Leute, aber man ist eine Einheit. Hast du ein bisschen verstanden, wie man das Ding, wie man das Ding lenkt? No, no, no Lenko, no Lenko. Ich hab wirklich keine Ahnung. Er hat nur gesagt in der neunten Kurve, er sagt so, da geht dir dein Arsch auf Grundeis.